hallo und herzlich willkommen zurück zu seven days to die ich habe euch letztes mal hier verlassen ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich machen wollte wahrscheinlich weiter steine kloppen gehen ja was gibt es neues nicht viel wie immer ich weiß das ist eigentlich sehr langweilig man könnte es sogar fast traurig nennen aber es ist leider der fall einfach so abbauen ja ich habe hier nicht viel gemacht in letzter zeit ich denke mal ich würde nach süden gehen um einfach mal zu schauen was es da noch gibt ein bisschen zeit habe ich ja noch und ich möchte auch noch nicht da ist eine und da links habe ich wen gehört na gut gehen wir erstmal ein bisschen töten so ich hoffe dass die fs zahlen hier passen die einstellungen müssten eigentlich hinhauen ich möchte euch ja das bestmögliche bild zeigen aber ich denke mal sobald es hier los geht mit richtigen zombie einstürmen wird das meine grafikkarte nicht mehr mitmachen eine neue ist schon in planung die frage ist nur wann so die ignorieren wir erstmal ich will einfach doch mal hier weiter ziehen und ein vogelnest looten so bei mir ist es gerade lass mich überlegen es ist donnerstag mitten in der nacht quasi es ist zwölf uhr glaube ich also mitternacht aber weil ich morgen besuch von sowas wie wie live bekommen von freunden wir wollen das schöne wetter nutzen bräuchte ich heute schon die aufnahmen sonst wird das etwas knapp weil ich möchte ja euch zu den vorhergesagten zeiten die entsprechenden videos videos bringen aus dem grund muss ich mich jetzt dran setzen dann werde ich gleich zwei folgen aufnehmen das heißt diese und die nächste finden in einer einheit station statt hoffentlich erfolgreich die nacht werde ich wenn möglich überspringen also für euch quasi einfach auslassen weil er sicherlich nicht viel passieren wird am nächsten tag werde ich dann hier ordentlich einschmelzen lassen das möchte ich nicht in der nacht machen ich habe nämlich im stream vom goro gesehen was das schönes passieren kann das möchte ich nicht so wer hat die den einkaufswagen nicht weggebracht das ist unhöflich oder gut was drin könnten eigentlich den knüppel nutzen ich habe auch gesehen dass die das messer sehr gut ist und zwar beim privaten spielen wir werden das mal ganz kurz nehmen so dann wollen wir mal schauen ob das wirklich so gut ist wie es hier so boah was für eine schöne animation zwei hits das ist gut kann man machen wenn ich wohl eher damit unterwegs sein als mit dem knüppel hey okay gut meine stamina ist nicht mehr allzu hoch aber jetzt bist du tot so ich möchte eventuell am wochenende in am samstag in einer woche das ist der 18 eventuell wieder mal stream weil ich noch dauernd wieder gefragt werde speziell vom tonestar tony wenn er mal wieder ein stream ist ich habe auch schon länger nicht mehr gestreamt ich wollte eigentlich regelmäßiger stream aber da kam immer was dazwischen sieht auch schön aus hier gefällt mir und auf jeden fall wird das dann wohl da stattfinden ich weiß noch nicht was great hunting mal ich würde aktuell eher zu seven days tendiert ich weiß aber nicht ob das vom rechner und allem drum und drum möglich ist weil ich da doch sehr oft fps probleme hatte und dann lag das bei euch und das will ich euch nicht antun muss auch mal gucken ob eventuell der gorondor da an dem abend streamt ich möchte ihm nicht die ganzen leute stehlen home maintenance ich glaube das hatte ich schon oder kann das sein ja so wir nehmen uns erstmal die damen hier vor dankeschön hier nochmal ja vielleicht machen wir auch was zusammen wenn er zeit hat das weiß ich wie gesagt noch nicht werden wir mal gucken ob er mir denn antwortet und vor allem wann er ist ja dummerweise aktuell sehr beschäftigt seht ihr sicherlich auch bei ihm dann dass er da keine zeit hat so die nacht werde ich nutzen auf jeden fall um pfeile zu craften ohne ende weil ich bin da ganz gut eigentlich versorgt aktuell holz müsste ich ja auch noch welches haben ansonsten wird sicherlich bald weiter gehen so das schwein lassen wir in ruhe ich möchte hier die zombies nicht noch weiter zu mir locken daher das erinnerungsvermögen der zombies bei mir auf 90 sekunden eingestellt ist von daher muss das nicht sein und ich muss nicht mehr zombies zu mir holen als sie wieso schon in der stadt auftauchen werden im laufe der zeit nicht wahr ich bin schon was haben sie dazu zu sagen nicht viel trautsam sehr gut ich glaube einen pika habe ich noch nicht wenn doch wäre das fantastisch weil ich dann antibiotika herstellen könnte so jetzt läuft natürlich hier ein schwein direkt zu mir das muss natürlich eigentlich nicht der fall sein keine sorge du kannst noch leben noch bist du mir egal ich werde am nächsten tag sicherlich ein bisschen auf jagd dann gehen sowohl holz jagd als auch fleisch jagd und da natürlich speziell ähm schweinefleisch weil einfach die eier und speck noch nicht riechen oh da haben wir eine biomkränze könnte hier noch dasselbe biom nochmal folgen das ist nicht ausgeschlossen durch so eine brücke kaffee nehmen wir mit das press ist mir egal gegen den möchte ich mich nicht so nah nähern der kriegt es eher von der distanz und er braucht auch ein paar pfeile hier weil ich nicht richtig treffe so jetzt haben wir ihn aber ich hab dich gehört mein freund war das dein freund das tut mir leid oh das war nicht schön dieses ducken gerade hatte nur einen sinn das hat der goruma im stream gesagt dass das wohl helfen soll wenn man gestunnt ist ich weiß nicht ob das jetzt wirklich geholfen hat kann sein wenn es geholfen haben sollte ist das schön wenn nicht dann halt nicht aber ich habe da noch keinen verlust gemacht es sieht nach steppe aus da drüben das wäre gar nicht so schlimm wenn das wirklich steppe wäre da man da eigentlich relativ gut an fleisch kommt es gibt viele hirsche und ähm schweine dort das wäre natürlich sehr nett insgesamt mag ich das ja auch unglaublich gern dieses biom nur das bauen da ist manchmal ein bisschen nervig weil man da relativ schwer an holz kommt hier in diesem krön biom hast du natürlich schon endlich bäume liegt mir deswegen auch ein bisschen mehr so ein höhleneingang wäre eigentlich auch ganz nett dann könnte ich mal ein bisschen potassiumhydrat mitnehmen weil die stalagmiten liefern das zu genüge und wir haben da nämlich einen höhleneingang das ist sehr nett komm her lady boah das war nicht nett sie sind ganz schön widerspenstig meine dame sind sie auch so wie ihre freundin oh oh jetzt sterbe ich ich hab's zu spät gesehen nein man naja habt ihr wieder einen grund zur freude auch in der sechsten folge juhu freude pur eisen die wellness ist down wir haben hier wasser und das ist nicht verpackt oder? nein zum glück nicht ja jetzt freut ihr euch sicherlich ich unterstelle euch einfach mal ein bisschen schadenfreude aber nur weil ich sie genauso haben würde zwölf minuten das ist zu lang das machen wir am nächsten tag ich muss ja nicht mehr auf mich aufmerksam machen als ich sie so schon gemacht habe so hier kommt erstmal das holzen und das eisen und das müssen wir ganz kurz mal gucken das ist falsch das ist nicht Eve wellness von 77 ist gar nicht schön ich habe jetzt halt auch nichts zum schlagen oder so aber ich würde einfach ganz schnell da hinlaufen und mir meine sachen holen so geht es nicht tja ein kleiner fail schon wieder ich habe normalerweise zu spät gesehen dass langsam aber sicher mein health runter geht und dementsprechend sah das gerade sehr blöd für mich aus und gerade als ich es gesehen habe wollte ich mich dann noch ducken weil ich gestunt war und es hat nicht wirklich viel geholfen man hat es gesehen ich kann jetzt auch nicht rennen das heißt wenn ich gerade da ankomme und meine sachen geloot habe kann ich gerade wieder zurück gehen so naja ist nicht viel nicht wertvoll aber wir nehmen es trotzdem mal mit die nicht ok jetzt wieder rüber und wir können die ganzen zombies ignorieren die wir hier schon getötet haben die dürfen wir auf dem rückweg wieder mitnehmen ja ich weiß du bist außer Puste deswegen brauchst du jetzt einen Rast Start nicht gut gar nicht guter Start naja hoffentlich wird es besser weil diese ganze Sterberei ist dann doch sehr nervig wenn ich im Schnitt jeden Tag einmal sterbe werde ich nicht sehr alt aber trotzdem ist es natürlich sehr schön hier auch wenn die Einstellungen bei mir gerade auf Minimum eingestellt sind also wirklich runter wie es nur geht ich finde es einfach wunderschön hier auch die Seite durch dieses Random Gen kamen schon einige richtig schöne Sachen zusammen und diese ganze Unity 5 hat das Ganze nochmal aufpoliert unglaublich klasse kann man nicht anders sagen zumindest ist meine Meinung ich denke die meisten von euch werden mir dazu stimmen ansonsten habt ihr keine Ahnung nein natürlich nicht oh ein untouched Birdnest 17 Federn da wird heute Nacht aber wirklich nochmal ordentlich was am Pfeilen hergestellt während ich da oben nichts tue so da kommt einer da kommt einer ich hätte doch gegen die Damen in den Fernkampf gehen sollen im Nahkampf sind sie dann doch ganz schön brutal manchmal ja so man soll sich eben nicht mit Frauen anlegen so sieht es aus schön wie sie jetzt noch alle da umkippen meine ganzen bereits getöteten Zombie-Freunde so ich nehme auch noch mit naja ein bisschen Holz ist immer gut kann man nichts gegen sagen wie sehen meine weiteren Planungen hier für dieses Let's Play aus auf jeden Fall möchte ich ein eigenes Haus bauen möglichst in einem Gebiet wo eben keine Stadt direkt in der Nähe ist weil da spawnen ja doch ganz gerne mal ein paar Zombies die Dame bewacht meinen Rucksack wie es scheint oha ja komm ruhig her ich will nur meinen Rucksack holen dann ist alles gut so oh da habe ich ihn ausgetrickst den Zombie oder die Zombie-Dame je nachdem wie man es sehen will so haha ich habe den Schnellknopf nutzen können das freut mich sehr komm her Zombie 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 komm her wir haben hier schon mal Schlägerle wir haben noch was Schlägerartiges so und jetzt überholen wir ihn wieder und wir machen dasselbe nochmal was habe ich denn hier noch so na jetzt denkst du aber ein bisschen hinterher was ist da los ah jetzt geht es wieder perfekt jetzt geht es wieder was haben wir denn hier so dabei wir haben Leder dabei krass wusste ich gar nicht wir werden das jetzt so ne frauen wir nicht tschüss wir möchten nämlich auf jeden Fall noch da runter ich möchte nämlich ein paar von den Stalagmiten mitnehmen weil das gibt ganz gut Potassium Nitrat ja gut ich brauche mich auch nicht äh hier und den nehmen wir auch noch mit und dann gehe ich wieder zurück lade aus dabei kommen 1,2 können wir noch mitnehmen wir haben noch Zeit gib mir das ok das wars bis auf den hier weil der sowieso auf dem Weg liegt und weil wir jetzt schön Potassium Nitrat wichtig für eventuell später arbeiten als Sprengmeister aber eben auch jetzt um hier vorwärts zu kommen so mehr Holz habe ich nicht das ist alles was ich brauche das brauchen wir eigentlich gar nicht Tee haben wir da sehr schön und los geht's und damit geht es schon wieder zurück weil da hinten wird es nicht viel geben ich könnte natürlich hier die Brücke eigentlich einsammeln das gibt ja auch Eisen gucken wie viel das eigentlich bringt wenn ich das hier kaputt mache vor allem wie lange das dauert und ob die Brücke dann einstürzt ok das können wir noch eine Zeit lang machen weil Eisen ist immer wichtig jetzt dachte ich gerade die Brücke stürzt ein so warten wir nochmal wir machen unsere ersten Federn oder unsere ersten Pfeile dazu ich könnte natürlich schon auf die Armbrust gehen theoretisch aber ich finde den Bogen gar nicht so schlecht muss ich sagen da kommt man langsam auch mit rein kriegt also dieses ganze Schießen und so dann doch ganz gut hin das hat nur ein bisschen Übung gefragt weil Übung macht den Meister den Schluck kann ich trinken ich weiß ihr werdet jetzt sagen das ist Verschwendung aber das ist mir jetzt egal ich habe noch so viel in Reserve und von daher stört es mich nicht ich bleibe auch extra hier am Rand stehen weil wenn ich wirklich die Brücke einstürzen sollte werde ich da relativ wenig von betroffen sein was haben wir jetzt hier ein Scrap Iron 34 ja komm wir haben hier noch einige Iron Fragments die dann am nächsten Tag drauf reingehauen werden von daher geht es jetzt wieder auf den Heimweg wie viel Schuss haben wir hier noch drauf noch 137 wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Bogen weil er nicht so lange halten wird naja getroffen ist ein Anfang töten ist besser und zwar sehr viel besser Clint Eastwood is back naja eher Nobody finde ich weniger Clint Eastwood es ist einfach Nobody falls ihr nicht gesehen habt Nobody Terence Hill ein klasse Film mein Name ist Nobody für mich um Welten besser als ja man kann sagen zweiter Teil obwohl es keine wirkliche Fortsetzung in dem Sinne ist Nobody ist der Größte hat inhaltlich nicht wirklich was mit dem ersten zu tun es ist keine Fortsetzung wie man sich das vorstellen könnte aber ich denke ihr wisst was ich meine auf jeden Fall ist der erste sehr sehenswert im zweiten Teil Klaus Kinski mit dabei oh der war natürlich ganz schlecht wie ihr gesehen habt der war auch nicht Weltklasse und jetzt Interrücks schön zerfleddert hat sich da muss man sagen schön zerfleddert und das tolle ist weil ich inzwischen so viele Pfeile auf Reserve habe kann ich einfach hier drauf los hauen wie ich möchte es ist kein wirklicher Verlust für mich so also am nächsten Tag werde ich jagen gehen das heißt ich werde hier durch die Wälder ziehen und nach Schweinen suchen sicherlich noch den ein oder anderen Baum fällen weil ich parallel ja schon anfangen möchte ähm die Materialien für mein Eigenheim zu sammeln nicht dass ich da wieder nachher wochenlang jagen oder sammeln muss das wäre ein bisschen nervig sicherlich auch für euch weil wenn man da 20 Minuten oder nochmal mehrere Folgen sogar dauert nur sammelt das ist ja langweilig toll ich habe auch was gehört auf der rechten Seite wir werden jetzt noch ein bisschen die Stadt kleeren parallel weil sobald sie mich ja einmal gewittert haben erinnern sie sich lange an mich ich bin einfach so eine Type daran erinnert mich immer erinnert man sich immer wieder vor allem auch gerne weil die wissen ah das ist ein netter Mensch da können wir vorbeischauen so immer wieder ein Blick nach hinten riskieren da an der Seite kommt sie also alles klar wenn sie es so möchten dann kriegen sie es von der Seite das war natürlich unfair dass er genau das sie genau in dem Moment den Weg nach unten nimmt so Level 9 so hier großartig looten will ich die jetzt eigentlich gar nicht mir geht es wirklich nur um das aufräumen der Stadt ich muss dir mal klar machen wer Chef hier ist und ich muss die Stadt vor allem noch looten das habe ich auch noch nicht gemacht oder kann das sein naja die Nachbarn treiben wieder ihr Unwesen da dann lasse ich diese einfach mal machen es ist ja Privatsphäre also auch in der Apokalypse herrscht Privatsphäre das muss man immer wieder bedenken weil es geht einem nicht an was da die Leute in ihren Häusern machen das muss auf jeden Fall beachtet werden das ist einfach Anstandssache wie ich finde ich weiß nicht ob ihr das auch so seht oh guck mal nach oben hab ich da gar nicht mehr dran gedacht hier dann werden wir einmal ausladen gehen das haben wir jetzt 20 Minuten wir haben noch 5 Minuten dann werden wir noch 5 Minuten lang hier Zombies töten gehen oder den ein oder anderen Steinbrocken zerdeppern danach werde ich mich nach oben begeben und einfach nur craften bin ich am überlegen ob ich vielleicht einfach ab dann einen Stopp mache und erst wieder dann starte wenn der nächste Morgen angebrochen ist oder wenn in der Nacht was passiert sagen wir es so ist natürlich wichtiger weil allzu viel werde ich jetzt nicht mehr machen von daher werde ich wohl dann wirklich etwas früher hier ein bisschen mehr der Nacht oder des Tages vergehen lassen ohne dass ihr es seht ich hoffe das ist für euch in Ordnung aber ich wüsste nicht wieso es nicht sein sollte haben wir hier schon drin naja wir gehen erstmal zurück ausräumen hier und dann werde ich das wohl wirklich so machen ich könnte mal ein bisschen mein Haus hier auf Vordermann bringen die Fenster eingeschlagen randalierende Jugendliche waren unterwegs das geht gar nicht das ist ein riesen Problem in der aktuellen Zeit genauso wie das nicht springen können das ist gar nicht schön so die werde ich mitnehmen danke die werde ich hier drauf setzen damit er nämlich hier nicht drüber kann wenn es jemand versuchen sollte eigentlich reicht ja schon hier so und hier so leicht davor es wird dieser Moment wo man einfach für mich schon weiß du kannst jetzt so ein riesen Fail hin machen indem du nämlich da runterfällst ich lasse es sein ich werde es nicht riskieren nein werde ich nicht machen so Bücher Home Maintenance Books ohne Ende Stofffetzen Leder haben wir auch schon sehr schön so jetzt haben wir hier drin hier haben wir so Eisenwarenartiges Zeug das kommt da hin wir haben eine Flashlight gefunden ein bisschen was Waffenartiges von der Shotgun Eisen, Eisen, Eisen die Steine nehmen wir mit aber eigentlich nicht wir brauchen ja nur 44 davon dann mache ich nämlich gleich die ganzen Geschichten ich werde Wood Frames machen ich werde mit einer Axt craften damit das nämlich auch gemacht ist hier habe ich kein Schweinefleisch mehr nur Rabbits und lauter verschimmeltes Zeugs wir haben das verschimmelte Brot hier Alkohol haben wir auch das heißt wir können uns Medikits machen das ist sehr schön Wasser haben wir auch noch das heißt der Tee ist auch gesichert das sieht gar nicht so schlecht für uns aus wir haben hier noch Metallteile Nägel den Splint nehme ich immer mit weil ich kenne mich es wurde im Stream so schön genannt man hat sich die Beine geminiast eine Hommage an Hirnsturz natürlich nur das beste Waffenöl das können wir dazu schmeißen KW kommt hier rein und dann haben wir hier schon den Anfang gemacht das Messer werde ich auch mal mitnehmen werde ich wohl behalten ich habe noch ein bisschen noch ein bisschen Gras hier nein habe ich nicht das brauchen wir noch wir müssen noch ein bisschen Gras holen gehen damit ich mir auch gleich einen neuen Bogen machen kann kann man nie genug von haben von dem Zeug so perfekt damit haben wir das nämlich jetzt auch so das Mausrad wollt grad nicht ist aber nicht nett ist nicht von der schönen Sorte nicht von der feinen Art das ist auf jeden Fall die Wahrheit so ich hoffe auf jeden Fall es hat euch gefallen natürlich hat euch mein Tod gefallen ich kenne euch ja ich würde es genauso mich freuen ich freue mich auch mehr wenn der Goro stirbt und dementsprechend erwarte ich sogar von fast dass ihr euch auch freut wenn ich sterbe in einem gewissen Maße zumindest ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Samstag und bis zum nächsten Mal Ciao